So, uns hat es heute nach Schladming verschlagen. Eigentlich wollte man durch Reiterolm Trails fahren. Eigentlich wollte man Semmering fahren, aber da hat es gewarscht. Da wollte man Reiterolm fahren, weil das besser gesagt hat. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt wollen wir auf der Reiterolm fahren, können wir eigentlich gleich nach Schladming. Und jetzt sind wir auf der Planei. Regnen tut es trotzdem, hätte man Semmering auch fahren können. Mit ist der Julian, der steht da noch drüben. Kaufen wir uns mal ein Ticket, mal schauen wie das wird. Sind wir Jugend? Ja, ich will jetzt nicht auf Jugend klicken, wenn ich keine Jugend bin. Kann ich da mit Scheine auch strollen? Ja, sehr. Nein? Nicht? Kannst du Karten mit? Ja. Kannst du viel mitrollen? Ja. Das ist geil. Jetzt bin ich gespannt. Nice. Haha. Geht schon. Nein, gamer! Ja! worm Ja. Ja. haha, das ist geil ja, wie hieß du das? das ist eine neue Gage das ist nicht so geil, fühlst du wenig temper ab, vielleicht wenn es trocken ist, ist geil und hart willst du noch einen roten weiter vor? ja, schauen wir mal wieder ich fahre gleich vor, ok? ja, das ist schon etwas anderes ja ja, das ist so hart gepistet das ist schon geiler schau, 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 ich muss meine Brüllen putzen, ich kriege es mehr das ist die einzige Fortschritte, die Jumpline? und die Pro Downhill, also das ist die World Cup Strecke so schwer schaut sich hier nicht aus, aber das haben wir uns schön klar gesagt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020